Prinzessin Eugenie hat in einem neuen Interview einen seltenen Einblick in ihr enges Verhältnis zu ihrer Schwester Prinzessin Beatrice gegeben und erklärt, dass sie beste Freundinnen sind. Eugenie, 33, trat als Gast in Ketan Tons Podcast, Weidwine Question Time, auf und sprach über ihre Beziehung zu ihrer älteren Schwester Beatrice, 35, und wie ihre ähnlichen Lebenserfahrungen dazu geführt haben, dass sie eine außergewöhnlich enge Bindung haben. Die zweifache Mutter sagte, Beatrice und ich haben uns unser ganzes Leben lang immer gegenseitig begleitet, in der Familie, bei der Arbeit, was auch immer. Ich denke, es ist ungewöhnlich, darüber nachzudenken, fügte sie liebevoll hinzu, wir sind keine Zwillinge, aber man geht durchs Leben und weiß genau, was der andere durchmacht. Sie ist mein großes Baby, sie ist eine Legende. Eugenie nannte Beatrice eine großartige Mutter und gab zu, dass sie ihre Schwester für alles anruft und regelmäßig Rat bei ihrer eigenen Mutter Sarah, der Herzogin von York, sucht. Eugenie gab jedoch zu, dass sie und Beatrice sich gegenseitig nerven können und fügte hinzu, sie nervt, wenn sie will, und ich nerve sie auch, aber wir lieben uns, wir sind die besten Freundinnen, An anderer Stelle des Podcasts sprach Eugenie über ihr Familienleben mit Ehemann Jack Brooksbank und ihren beiden Söhnen, dem zwei und fünf Monate alten Augustus Ernest. Die stolze Mutter beschrieb ihre Söhne als so wundervoll und sagte, dass August, den sie Augie nennt, ein Feuerwerkskörper ist, der auf sie hört und Ernest, der unter seinem Spitznamen Ernie bekannt ist, die ganze Zeit lächelt. Sie teilte ein wichtiges Erziehungsproblem und gab zu, dass ihre beiden Söhne schwierig zu füttern sind, aber im Moment ist Schlaf kein Problem in ihrer Familie. Eugenies Kommentare kamen, nachdem sie am 12. Oktober ihren fünften Hochzeitstag mit Ehemann Jack feierte. Das Paar heiratete am 12. Oktober 2018 und verband sich in einer atemberaubenden Zeremonie in der St. Georges Chapel in Windsor, die von Prominenten wie Pixie Geldhoff und Robbie Williams besucht wurde. Um den besonderen Jahrestag des Paares zu feiern, teilte Eugenie, 33, auf Instagram ein Video mit Fotos und Videos vom großen Tag, bevor sie ihren Fans einen Einblick gab, wie sich ihr und Jacks Leben seitdem verändert hat. Eugenie, 34, auf Instagram.